Die besten Filme laufen zu Hause. Mein ganz persönlicher Märchenprinz. Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie einem solchen Arschloch begegnet. Selten so gelacht. Sie sind gefeuert. Ich kann Ihnen helfen. Wie will denn eine irre wie Sie einem Kerl wie mir helfen wollen? Sie müssen einen Monat lang mit mir hier wohnen. Wieso einen Monat? Weil das lange genug ist, um Bedeutung zu haben und kurz genug, um Ärger zu vermeiden. Teleklub. Digital TV Entertainment.